dann machen wir mal jengok und weiter ich habe mich jetzt ausgehustet keine ahnung woher das kratzen im hals kommt ich hoffe ich werde nicht krank haustier arena versperrt wenn man den hier und ein goldkäfer haben wir schon ich habe jetzt auch mal hier bei obs die den hotkey für 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 mikrofon stumm schalten eingerichtet weil ihr müsst ja nicht immer meine huste rein ertragen warum ist der schneller ach so der speed und speed ach genau ja ja also wenn ich jetzt 15 runden brauchen wird außerdem ist die schabe eh tot erst gute bei dem animus ist halt wirklich den kammer ewig auf dem feld lassen weil er sich immer wieder selbst teilt hier dadurch auch noch schaden macht und weil wenn er einmal gestorben ist kommt er zurück so das war das erste dann hier drüben junger akt axt schnabel junger akt schnabel momentan sich gar keine haustiere hallo haustiere am besten ist der auch nur nachts verfügbar gibt es ja auch haustiere die es nur nachts gibt hier drüben ist was dschungelschnabel haben wir schon wir gucken mal ob der vielleicht hallo ob der vielleicht mit hier drüben noch mal gucken es gibt so nicht gibt sie sonst noch irgendwo hier drüben bernstachel wespe aber den jungen axt schnabel gibt es nur hier in dem gebiet wir schauen gerade mal hier vorne bei dem ob da einer dabei ist aufgeben da drüben noch mal gucken wenn denn die arena nicht wieder versperrt ist die sich auch die achten können die die nicht mal gescheit hinstellen ist doch kacke ist doch blöd zwielisch wespe holz wespe kakerlake was macht er denn jetzt b und b also power und durchschnitt drei mal verfehlt so kakerlake die macht gleich wieder ihre apokalypse macht und hier draußen unser netter nachbar der macht jetzt schon seit wochen irgendwelche ausgrabungen am haus das ist auch mit der zeit etwas nervig weil man nichts dagegen machen kann hatten wir das schon hatten wir noch nicht so haustiere dauert noch zwei minuten haustier wiederbeleben so dann schauen wir mal hier vorne es kann ja nicht sein dass die hier nennt sind hier unten ist ein artefakt ich habe kein ziel ich wollte es doch nur aufheben so schatzjäger was schatzjäger entdeckt 100 schätze hatten wir den erfolg nicht schon gebraucht gehabt und haben den geholt so wir gucken hier mal ob da vielleicht was mit drin ist dschungelschnabel alles dschungelschnabel ich glaube es hat hier dann schauen wir mal hier unten weiter da ist irgendwas seiden perlenschnecke ausgedörrte echse die brauchen wir die nehmen wir mit nicht schnell ja bei der ausgedörrten ex müssen wir jetzt aufpassen weil wir hier mit eine menge schaden machen könnte 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 knapp werden könnte knapp werden sehr schön falle verfehlt wie sollte es auch anders sein hat er sich jetzt selbst geheilt machte ich dich noch mal zu heilen sehr schön und dann müssen wir auch nicht mehr hier rüber irgendwie was schlammrücken kalb ist hier drüben auch noch mal gut wir müssen die eine quest abgeben sei dschungelschnabel wir gucken einfach mal rein das blöde ist dadurch dass ich nicht wusste ob der ob der mit da drin ist haben wir jetzt natürlich nur noch zwei haustiere zum kämpfen und die sind auch nicht voll geheilt zwielichtbespe haben wir schon so schlafmarschel sehr schön sehr schön soll jetzt noch der junge axt schnabel h und p schlafmarschel jetzt bitte nicht zu viel schaden machen so jetzt kann das auch mal beim ersten mal funktionieren so haben wir auch so dann einmal die haustiere heilen wir bauen jetzt noch drei stück und es fällt und hört nicht auf so dann haben wir hier dschungelschnabel dschungelschnabel einmal hier die quest abgeben lasst uns reden west beenden schlammrücken kalb sehr schön hallo 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 willst du mich verarschen jetzt aber ja bernd stachel wespen holz wespen bernd stachel wespen müssen wir mal gucken trotteln auch loioioioioioioioioioioioioioi alter schwede der ding hat ganz schön bumm drauf das sollten wir uns vielleicht hochspielen wobei wir haben so viele tiere oben eigentlich gar nicht so schade dass ich die nicht auch noch fangen kann hier wäre schön gewesen es muss wirklich im spiel so eine option geben bei den haustier kämpfen dass man genau dass man zwei haustiere gleichzeitig fangen kann so das kalb haben wir auch dann fehlt jetzt noch bernstachelwespe und holzwespe wo ist denn die holzwespe hier unten dann einmal hier moment war hier auch noch ja da waren auch noch bernstachelwespen zwielicht wespe zwielicht zwielicht moment schwammkönigin bla bla schwammkönigin haben wir scheinbar schon was er bringt die aufgelösteten stärken beweise in cork und tötet er dafür gibt es keinen erfolg so was haben wir hier bernstachelwespe komm her nichts dabei was man sonst noch brauchen würden und das ist natürlich eine durchschnitt durchschnitt es ist natürlich auch nicht oi 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 all das wieder So, jetzt wieder schön neben dazu. Hätte es ja auch mal kritisch treffen können, ne? So, das war dann das vorletzte Haustier hier. Und uns fehlt jetzt noch eine Holzwespe. Die gibt es nur da unten. Die gibt es nur hier unten. Da wäre auch ein junger Axt-Schnabel. Holzwespe. Holzwespe, komm hier. Und hier haben wir auch noch also Axt-Schnabel werden hier auch noch gewesen. Die waren nicht nur da, wo sie uns angezeigt wurde. Ach, nö. Jetzt bloß nicht kritisch treffen. Ach, sehr schön. Sauber. Direkt mit dem ersten Wurf. Das macht nix. Das ist sogar gut für uns, weil so haben wir mehr Leben als wenn der sich vorher geheilt hätte. Na, ich glaube nicht, dass man es mit dem Sohn des Animus jetzt noch schaffen komplett durchzukommen. Ja, mach mal hier dein Überleben. Genau. So, und jetzt. Glück habt. So, dann hätten... Was willst du eigentlich von... Dann hätten wir alle hier Inkubargrund. Frostfeuergrat fehlt jetzt nur noch der Eichstachelbrütling. Da müssen wir aber so hinfliegen. Ich glaube nicht, dass wir hier den einen Flugpunkt haben. Blutschläger-Mine.